Heiho und herzlich willkommen zurück bei Heaven. Wir haben uns ein bisschen gemütlich gemacht, aber wir müssen weitermachen. Was ist das? Was ist das? Was ist das denn so? Was ist das denn so? Was ist das denn so? Oh, ja, 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 ich bin komplett großartig, wenn ich bin. Kann man füttern? Oh, he's begging for more. Nee, küsst du nicht. Küsst du nicht. 66. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Sieht schon wieder nicht so gut aus. Okay, sieht auf jeden Fall nicht so gut aus. Der braucht auf jeden Fall ne Umarmung. Wenn man jetzt weiter gehen kann. Etna ist noch ein Börbel. Komm schon, Leute. Ich glaube, dass man das nicht irgendwie auslösen kann. Tosaru. Ah, geht doch. Ist schon mal etwas. Oh. 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 Ja, wir sind aber nicht so stark ausgerüstet dafür. Das war jetzt schon! Ja, ich würde nicht so stark aus. Waaaaaaaaaaah. Waaaaaaaaaah. Das war ja. Oh, ein bisschen wie unfair. Das war ja. Oh, are you all right? Awesome. Got that. Oh, Blute. I'm not re- What? You. My shield isn't much use anymore. Nope. Hang in there. Come on, do your ball thing. I'll wait. I hope you weren't too attached to your teeth. Cover me. Oh, this one's ready. Yep. Shielding. Perfect. Now, shoot. London, I can't take much more of this. On your mark. Anytime. He's fighting back. We may need to change our strategy. Uh-oh. Uh-oh. Oh, Blute. No time to waste. No more fooling around. Blute! You! I can't be suspect. I can't be suspect. Easy now. I'm feeling dizzy. Ready when you are. All set. On your mark. Dodge this one. Ready? Go, go, go! Oh, shit. You! It's gonna be okay. Oh, yeah, 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 yeah. If you say so. On your mark. Target left. Re- Bam! Okay. No! 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 Alter! Komm schon! Alter, ist das... Ah, der trägt mich auf, ey. Wow. dass er vor allen dingen das am anfang nix bewirkt hat gar nichts enttäuschende mehr als enttäuschend ich hasse sowas ich weiß I know that we could do it, but it's actually a pretty tedious process. I guess we'd be better off exploring Source by ourselves. Game on! Oh, ey, das ist... Du fan nul! Wir waren schon so extrem angeschlagen und dann kam so was noch dazu, ne, ey. Ja, das ist... Ist ne Hilfe, das Herstellen von den, äh, Kristallen. Im Aufladen, klar. Aber, ey. Ich bin enttäusch. Das ist gerade schön. Wir haben den nächsten Publikator. I know that. But I like to take a look at the time before I go to sleep. That way, when I wake up, I can look at the time and tell whether or not I slept well. Can't you just go by whether or not you feel rested? That's not the same. You don't get it. It's psychological. How long do you need to sleep? Eight hours, ten minutes. Okay, so let's say it's 11 p.m., so tomorrow morning I'll set the nest clock at 7 a.m. Does that work? 7 a.m. And yes, that works. Thanks. We need to sleep. Hmm, nothing's done here. Huh? What? I didn't say anything. Oh, sorry, I thought you did. Creamberry flambe. Are you trying to make me hungry? Hungry, yeah. Depends. Is it working? Yes. Ja, sie sind ruhig. Hmm. Entweder gehe ich einmal zum Kapitieren. Verbraten natürlich dann ein Essen, was ich auf dem Weg gesammelt habe, ne? Also mitgenommen habe. Ich bin schon sicher. Deut. Die. Der. Auf dem Weg? Deut. Der. Den. Der. Von Weg denn. Der ist eine schöne Formflucht. Der ist eine Formflucht. Untertitelung des ZDF, 2020 ... ... ... ... ... ... ... Das schmeckt gut. Nur als es es lieblich ist. Ah, unser Freund Appledew. Oh, ein Schötener Star! Haha, sehr funny. Huh? Was? Ich... ich bin so was so funny. Wait, was? Ich bin wirklich ein Schötener Star. Well, yeah, I just told you Wait, wait, wait Shooting stars really exist? Why wouldn't they exist? Wait, you've never seen a shooting star? Mmm, never I thought it was a made-up thing The kind of thing you tell little kids so that they keep quiet Look up in the sky, see if there are any shooting stars And I was looking and looking But I never saw any So, I thought You find that funny? Yeah I'm sorry, but that's the first time I ever heard of such a thing All right, you We're gonna find your first shooting star Pick one part of the sky Stare at it And do not move Okay How long should I wait? Well, sometimes a few minutes Sometimes you won't see one all night So we could be waiting for no reason right now? I hope it's worth it Whoa Okay, so we're going in that direction Yeah We'll do it if you're injured or one of you Die müsste richtig sein, ja Die müsste richtig sein, die ist richtig Dann, dass ich eben auch diesen Weg genommen habe Die müsste das irgendwie weiterf most Baby so Die müsste spielen Die Was war denn das? Wie kommen wir denn da hoch nochmal? Das passt doch. War ich da oben schon mal? Kann man da eventuell vielleicht nur mit einer Float drauf? Ja, wir kümmern uns erstmal um das andere. Okay, meist läuft das immer andersrum, aber gut. Okay, hier bei den beiden nicht. Oh, erstmal müssen wir hier alles befreien. Und da unten ist noch ein böses, rostbefallenes Tier. Oh, das war's. Oh, das war's. Ready when you are. Ready. Let's get it over with. And done. She'll be. Perfect. Bye-bye. One to go. It's go time. Dodge this one. Okay, we're getting the high of this. Ready. Ready. Now. In your face. On your marks. On your marks. Bullseye. This one's ready. I'm on it. Done and done. Das liegt gut. Und das war's wieder neu. Äh, Kreatur. This one should open. Das hier soll ich sie öffnen lassen? What the fuck? Ach so. Ich... Hat davon dem, äh... Wem hier geschworen? Oh, Helicap. Davon hat er nicht gesprungen. Davon kann er nicht gesprungen haben. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wie... Da leuchtet's. Da müssen wir hin. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bye Heaven. Tschö tschö.